Erinnere dich doch mal wieder an dein peinlichstes Erlebnis. Peinlichstes Erlebnis? So eine Erinnerung löst doch keine Glücksgefühle aus, wirst du sagen. Falsch. Denn in der Rückschau erscheinen nämlich auch die peinlichsten Situationen lustig. Das ist wie mit Videoclips mit Missgeschicken im Fernsehen. Wenn sie anderen passieren, lachen wir darüber. Nun, wir sind auch ein anderer Mensch als damals. Wir sehen uns aus der Distanz. Und in der Erinnerung kann so eine tänzerische Bruchlandung beim Abschlussball oder ein Sturz vom Stuhl in einer Besprechung oder ein Riss in der Hose auf der Hochzeit des besten Freundes richtig lustig sein. Vor allem aber werden wir feststellen, dass das Leben weitergegangen ist. Auch wenn wir damals etwas anderes geglaubt haben. Betrachten wir immer wieder mal alte Missgeschicke, werden auch die künftigen nicht mehr so schlimm für uns sein. Denn Missgeschicke gehören zum Leben.